Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4, von mir auch liebevoll. Ich spiele Dinge immer und immer wieder, weil der Spiel nicht Speichersimulator 2015 genannt. Ja, es ist mal wieder passiert. Ja, ich muss der Key to the North nochmal machen. Es ist mir egal. Wir machen heute eine Yogi und Reggie Quest auf jeden Fall. Und danach gucken wir mal, was wir noch so hinkriegen. Aber jetzt erstmal die zwei Witzvögel, Spaßvögel. Hey, Dave! Du bist wieder zurück auf den guten Weg. Oh, genau. Und dieses nächste Batch ist definitiv etwas von der guten Witzvögel. So cold. Hot Rock. Ja. Du wirst nicht mehr sehen, dass du ein Barsch in deinem Krochen verbringst. Oh, was? Oh, shit! Ich fühle mich wirklich so viel von einem Buss. Du musst dich ein bisschen auf die Toleranz. Das ist richtig. Ich brauche ein bisschen mehr das Geheimdienste. Ja, war ja eh klar. Okay, nächste Drogenkrip. Schauen wir mal. Es gibt wieder tolle Farben und tolle Musik. Ja, weil die Farben sind schon mal da. Oh, und ich kann mit einer Waffe anfangen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Oh, guck mal meine Hände. Und so mit dir. Für alle Stück. Wir müssen unser Zeug wiederholen. Munition. Read. Hot Rocks, AJ. Our brave pioneer on another psychopharmaceutical spirit awakening. This syringe, Hot Rocks as we've called it, should create a fortress around your mind. Granting impunity from the neurological stimuli that shackles our potentiality. Yogi, it won't hurt now, but it might stink tomorrow. We took your paraphernalia again. Hm, ein Zeug anscheinend. All part of the experiment, I'm afraid. You'll get it back at the end. Don't worry. Reggie. Okay. Ja, hier. Mehr Munition, bitte. Ah, egal. Also, da muss ich hin. Wow. At least, there aren't any bears around. Oh, mein Gott. Und gleich kommen brennende Bären auf mich zu. Ich seh's schon kommen. Na? Wo bleiben sie? Oh, ja. Musik. Ja, da vorne sind sie schon. Die Musik passt auf jeden Fall schon mal. Ne, es sind brennende Schweine, die mir ans Leder wollen. Ich hab natürlich wie immer nichts. Ah, deswegen auch die Waffe von Anfang an. Hat ich euch heute? Das ist irgendwie... Oh, ja. Toxic Skin. Da war ein Bombskin. Cool. Ja. Fünftes Hellstein ist jetzt schon angenehm. Bis 6 geht's maximal. Da müssen wir noch irgendeine Quest für machen. Dann können wir auch irgendwann die Heilspritze ausbrempen. Oh, komm, hier Glänzchen nehmen wir natürlich mit. Ja, das ist doch eh wieder keiner von den beiden. Ja. 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 Ich bin schon mal ein paar Leute. Ich bin gerade mit dem Beispiel. Ich bin nur der beste Star. Ich vermute. Oh. Kann mal runter? Vielleicht finden wir ja die Maske sogar. Wir sind ja so spannend, in dem Zustand Masken suchen zu gehen. Masken von den Dämonen suchen zu gehen. Es ist gar nicht gefährlich da einen Batrip zu kriegen. Nee, wieso auch? Ja, aber ich hör halt wieder nix, ne? Das ist das Problem wegen der Musik. Und ich will die Musik jetzt echt nicht ausmachen, weil sie so geil ist. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Einster Fluss aufwärts. Oh, yeah. Lila ist geil. Das ist ein helles, rosa-lila. Wie Leaving Mission Zone. Super, hab ich wenigstens den Grappling-Hook. Ich fände noch ziemlich genau in die Richtung, genau. Ein bisschen weiter rechts, aber... Ja, egal. Äh, eben noch. Sind mir sicher noch gescriptete Ereignisse auf dem Weg, die wollen wir ja nicht versäumen. Ja, blau ist ein bisschen. Uh, das blau ist schön. Hm, hört mal. Oh ja, das ist eine schöne Farbe. Türkisisch. Ja... Oh, okay, ja, ja, ja. Das war nur so ein Ding an, das ich mich erinnere. grainieren... Ja, 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 ja. Kaum, ja, nein. Oh, na, ja, nein. ... Who am I and where do I go in live? Das ist mir aber nicht fest. Ah, das ist das Haus da, wo wir uns oben reingeschlichen haben und... ... und wo ich überlegt habe, ob ich nicht ermittelte. Oh ja, das machen wir. Das ist eine ultra dumme Idee, das machen wir auf jeden Fall. Gib ihm! Ja, ja. Ach ja, ich hab ja... Mein Granatwärfer gar nicht, schade. Bisschen grell die Farbe, aber auch schick. Kann man machen. Oh, hab ich überhaupt einen Fall? Ja, ich hab einen Grappling. Dann bin ich dran. Crash Landing. Ich hör's schon wieder piepen. Hallo? Ja. Oh, der ist zum Werfen gekommen. Ich glaub, das war's mit der Quest. Schade. Grüne Pflanzen en masse. Das find ich geil. Das find ich sehr, sehr geil. Okay. Es brennt hier natürlich wieder alles. Da ist mein Stuff. Da ist das... Insiders. Ach so. Hier waren wir schon mal drin. Hier haben wir mal ne Maske gefunden. Die Burning Forest. Misht kapi. Pffa! Wuuuuh. Und noch ne Jogi und Regi Quest. Machen wir die auch noch direkt? Wir müssten jetzt eigentlich hier wieder was killen können. Das könnte jetzt direkt die nächste Jogi und Regi Quest sein. Die machen wir jetzt noch mal, ha? Mir gefallen sie einfach so gut. Fast Travel. Wenn wir schon ne Drogenfolge machen, dann machen wir auch so ne richtig ausgewiege. Und uns den Kopf voll ballern lassen. Jawoll. Hier ist wieder alles nachgewachsen. Das hab ich vorhin noch gepickt, als ich hier war. Wir wollen grüne, rote, blaue. Oh shit. Loot back. Almost full. Ähm. Collection. 22 Greenleafs, ich glaub. Das lassen wir jetzt mit nem Pflänzchen sammeln. Ja. Können wir wenigstens noch 20 Sachen mitnehmen. Das ist gar nicht immer so viel. Also von dem her. Okay, gucken wir mal, was noch so los ist bei denen. Oh! Komm schon! Freie! What the fuck. Ja. Sieht nichts aus. Wird es funktionieren? Alright, dann. Dann gehst du dann. Nein, 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 nein. Es ist AJ's turn. Ja, sicher. Ja, es ist. Ich habe eine gute Gefühle über dieses Badge. Ja, es nennt sich der Hubbly Bubbly. Die Dinge sind viel besser, dort wo es ... Ich werde das nicht regrettet sein, würde ich? Wir werden nicht ... ... mich mit etwas ... Oh, verdammt, ich kann nicht vergessen. Keine Angst, wir haben keine CPR. Ja! Super! Ah, klasse! Wenigstens weiß A.J. inzwischen, worauf er sich da einlässt, wenn er das Zelt bekommt. Finde ich super! Ich finde die beiden klasse, ich finde die beiden so klasse! So ... ... haben wir gleich wieder mal eine Nachricht ... ... über das Hubbly Bubbly. Wo hat es mich denn jetzt hin verschlagen? Na, komm. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Oh ja, ich bin jetzt im Norden. Dach nicht mehr fast, weil hier ... ... ein Turm in der Nähe angezeigt wird, der noch weggemacht ist. Hubbly Bubbly. A.J. Reggie took a bit too much of this one himself. He is currently curled up on the floor muttering about that one-armed trombone play and cows. ... 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 wenn wir mit haben aber ich glaube um bin ich gerade ein bisschen können wir hier einfach nichts kosten oder über sich das menü gerade nicht schütteln und so lange schwimmen möge ich gar nicht das finde ich ja genau geht ihm nämlich die luft schon wieder aus, lass mich hoch hier und noch weiter jawoll Naked and Screaming find them jawoll sehr geile Musik wieder mal ach das ist ein toller Festzellot hallo autos auch hier hat es auch andere Farbwechsel ein bisschen schnellere aber es ist ja auch geil jawoll das ist klasse muss sehr gut das Dach sein was war das jetzt? habli babli ja 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 auf jeden Fall ich wollte gerade sagen, mir fehlen hier die Gegner und schon sind sie da Uhhh Uhhh ohhh lüchel v missing things are missing find them Ah ja, alles so, wie es sein soll hier, ne? Ja, sicher. Wow, das ging schnell. Schade. Sehr schade. Gibt es noch eine Yogi und Regicrest? Komm schon, wir müssen noch eine geben, ich weiß es. Schauen wir dann hier. Customs Officer. Attending, vielleicht? I believe the nature of our arrangement was that you would secure any Kalinaak-related artifacts, making their way to Yalendu Temple. You haven't been doing that. How do I know? Because I keep finding Kalinaak-related relics in Yalendu. I can only conclude that you didn't understand me. That is why I have taken your wife. To act as my new translator to avoid any future misunderstandings. I hope I've made myself clear. Yuma. Was die bitch. Okay, anscheinend gibt es hier keine Yogi-Regi-Quest, vorerst mehr zumindest. Also ich glaube, die da, oder die da, müsste ich nochmal nachspielen. Die habe ich noch nicht gemacht, aber... Und von denen weiß ich immer nicht, welche ich schon gemacht habe und welche nicht. Das ärgert mich auch ein bisschen. Ich würde immer sagen, hier haben wir den auch nicht gemacht. Oder machen wir jetzt noch eine kleine Racing-Quest hinterher nach den beiden Yogi-Regi-Aufgaben. Ich habe jetzt auch... Ähm... Ich habe jetzt, denke ich, auch eine Möglichkeit gefunden, endlich meine Far Cry-Folgen synchron zu halten. Ich habe mich jetzt in ein neues Enkodier-Programm reingelesen. Und... Das ist die eine 45-Minuten-Folge, die ich jetzt... Gerendert habe von TTT, aber... Ähm... Die ist ja auch... Da war ja auch schon eine Asynchrone dabei. Die ist jetzt synchron geworden. Und ich hoffe, das bleibt jetzt einfach so. Ne, ne. War es das? Das war es ja, der Hund noch. Oh, es ist kein Hund. Wir fahren ein Rennen. Das ist der Plan. Mit diesem Gefährt. Ja, super. Ja, super. Auf im Weg, Ziegen im Weg, noch auf im Weg. Bäume im Weg, Sträucher im Weg. Nichts, komm. Okay. Elefanten im Weg, okay. Oh, ne. In die wollen wir nicht reinfahren. In die wollen wir auf keinen Fall reinfahren. Nicht nur, weil es vielleicht Minuskammer gibt, sondern weil da auch mein Autoschrott ist. Bin ich mir recht sicher. Ne, ne, ne. Das war knapp. Ah, ich bin richtig guter Autofahrer, war. Wo gibt's jetzt das? Ich versteh's tatsächlich gerade nicht. Ne, ich will euch alle nicht überfahren. Das könnte meinem Auto nicht gut tun. 18 von 26. Obwohl ich jetzt relativ fehlerfrei gefahren bin, werde ich wieder keine gute Zeit machen. Ich seh das jetzt schon. Okay, soviel zum Thema. Relativ fehlerfrei. Fuck. Jetzt kann ich froh sein, wenn ich wieder Bronze krieg. Ja, ne, okay, das wäre tatsächlich Gold geworden, wenn ich mir hier gegen den Strommasten oder was es mal gefahren wäre. Ja, 13 Sekunden, klar, das Ding. Überhaupt kein Cheater, ne. Oder Bug-User oder irgendwas. Mit Sicherheit nischt. Okay, Bracing. Und dann haben wir hier noch ein... Ne, noch ein... Gratifilm Survival. Hab ich die schon gemacht? Ich weiß es nicht. Ich mach sie jetzt einfach trotzdem nochmal. Ähm, Survival ist dann jetzt wieder mit Gegnern am Straßenrand, ne. Die mich machen wollen. Ah, das ist egal. Das kriegen wir alles hin. Someone help me! Someone help me! Jaja, ich helf dir schon noch. Alles zu seiner Zeit. Okay. Oh, ja. OMG. Okay. Jetski haben wir ja gerade schon eine Runde unter Drogen gefahren. Da kann das ja... Ich glaube, die habe ich schon gemacht, ja. Da kann das ja so schwer nicht sein, wenn man nüchtern ist. Oh, oh. Okay. Das wird eine Premium-Zeit. Sehe ich jetzt schon. Ah, ganz dickes Lalom auch noch. Schossen wird man. Ja, gibts mal. Schenkt mir so richtig ein. Ich steh drauf. Oh, man. Sack. Äh. Äh. Next Minipo. Okay. Fuck. Schon wieder Zeit verloren. Jetzt kann ich gerade immer hochballern. Weil ich da mein Autokostop mache. Ah ja. Die Heilspritzen mache ich ja momentan nicht voll. Fahr, fahr, fahr. Jetzt noch eine rein. Wir haben ja genug grüne Pflanzen. Wird das Lootback auch mal wieder leerer. Okay. Wahrscheinlich über die Brücke. Jawohl. Ne, das machen wir nicht. Hat mich schon wieder gekostet. Dass ich den einfach nur anvisiert habe. Nach zum Kotzen, wie schlecht ich bin. Aber ich glaube, hier gibt es gar keinen langen, oder? So Volze, Vol, Brause gibt es hier glaube ich gar nicht. Sondern nur geschaffen oder nicht geschaffen. Geschaffen werden wir es. Jo. 21 waren das gerade. Ja, wir gewinnen gerade Zeit dazu. Ah jo. Ganz, ganz lockeres Ding. Oh. Flup. So. Natürlich haben da Leute 3 Minuten 14 Sekunden übrig. Das ist ja ganz klar. Okay. Dann denke ich... Machen wir hier mal wieder den Deckel drauf. Ach ja. Nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge. Ich weiß es noch nicht. Machen wir glaube ich wieder einfach nur ein paar Nebenaufkläge. Wir haben noch so viele davon. Weil so viele sind es gar nicht mehr, ne? Hier eine Bombeninschärfung. Oh, wir könnten... Wir könnten nächste Folge nach Shangri-La. Das glaube ich mache ich. Jo. Das machen wir nächste Folge. Wir gehen... Parken wir uns hier hin und dann holen wir uns den Tanker rein. Ähm. Denn für diese Folge ist Schluss mit Foggraf hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.